Wir leben, wir leben, Hauptsache wir leben. Ja, die Kinder auch! Was geschieht nur jetzt? Es sind jetzt geöffnet für alle, die in Weckrichtung mit der Trimpe unterwegs sind. Wo sollen die denn hin? Wo kommen die denn her? Es mehr nimmt jeden, es beklagt sich nicht. Es sind einfach zu viele. Ich bin da nicht. Was machen Sie jetzt hier? Aussehen und Herkunft. Egal. Gestern waren die alle noch Menschen. Jede Menge Unrat! Unrat! Denn Unrat ist ja teuer! Unrat gibt's doch gratis! Heute wollen Sie decken Wasser und Essen? Was werden Sie morgen verlangen? Unsere Frauen? Unsere Kinder? Auch wenn wir aussehen wie Sie, Sie würden uns erkennen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Sie würden wissen, wir gehören nicht hierher. Sie sind selber schuld. Jeder kennt Sie, die... Freiheit! Zaun! Zaun! Respekt und Fairness! Also ich sage immer, was alle sagen. Prost! Prost! Einen Camping-Tisch, den hätten wir gebraucht. Ja, man will ja auch mal beieinander sitzen. Nicht? Vielen Dank.